Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Ja, Jojo, heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Vergebung. Und wir haben letzte Woche gestartet mit einem Gleichnis. Das von dem unbarmherzigen Diener oder Knecht. Und ja, die heutige Folge, wir hatten, wir haben eben auch noch mal gebetet, weil wir auch gemerkt haben, das kann eine sehr persönliche Folge werden, für manche Zuhörer vielleicht. Und wir wissen nicht, in welcher Situation du gerade bist, wenn du jetzt zuhörst. Aber selbst kann ich auch schon sagen, also das Thema Vergebung ist kein leichtes. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich darum geht, dass du Schmerz erfahren hast, durch das, was Leute dir angetan haben. Manchmal gingen Dinge über viele, also über eine lange Zeit, vielleicht sogar Jahre. Und wir kennen ja nicht die Geschichten von jedem einzelnen Zuhörer. Das hat immer sehr viel damit zu tun, was du tatsächlich erlitten hast. Also das Thema Vergebung ist jetzt nicht nur, der hat mich Blödmann genannt und jetzt muss ich ihm dafür vergeben oder so. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, ja. Ja, und es ist halt eben ein seelsorgerliches Thema. Ja. Also so, und es ist ein Thema, was jeden von uns betrifft. Ja. Das glaube ich, muss man auch sagen. Also wenn du denkst, dass es dich nicht betrifft, dann glaube ich, schau mal, was Jesus dazu gesagt hat und warum er so viel dazu gesagt hat. Es kann ja sein, dass noch nicht so schlimme Sachen passiert sind, das ist ja auch gut. Und im besten Fall, das sagen wir auch, im besten Fall passiert es tatsächlich, dass dich jemand um Verzeihung bittet dann. Das ist sehr schön. Und ja, Gott sei Dank konnten wir dann häufig auch Menschen Vergebung zusprechen, so sagen, das vergebe ich dir. Aber jetzt sagen wir auch mal so, es gibt eben noch diese zwei anderen Fälle. Entweder die Person bittet dich um Entschuldigung, aber du hast das Gefühl, du kannst der Person einfach nicht vergeben. Weil es so schlimm war für dich. Und aus irgendwelchen Grund willst du nicht. Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Und noch der dritte Frage, noch krasser, die Person fragt dich nicht mal um Vergebung, weil sie denkt, Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht oder sowas geschieht, ihr Recht, was auch immer. Und du leidest und leidest und musst damit umgehen. Das ist nochmal quasi wie eine Bestrafung nochmal obendrauf. Die Person sieht es noch nicht mal ein. Also auch noch diese Komponente der Verschärfung kann so einen Konflikt haben. Und der Konflikt kann, wie wir im Gleichnis letzte Woche gehört haben, in deiner Familie liegen. Und er kann in einer Gemeinde liegen oder kann dir einfach so natürlich passiert sein. Ja, genau. Also ein sehr seelsorgerliches Thema, was wir hier haben. Und wenn du die Folge von der letzten Woche gehört hast, als es um ein Gleichnis ging, in dem Jesus ganz deutlich zur Vergebung auffordert, dann wählt er sehr harte Worte dort. Und ich denke, das macht er, weil unsere Herzen so hart sind. Ja, weil wir oft Menschen nicht vergeben wollen, weil wir daran festhalten wollen. Und Jesus wählt hier ganz, ganz deutliche Worte. Aber es ist halt, wie gesagt, weil es ein seelsorgerlicher Fall ist, gibt es eben auch die Dinge, wo Jesus einfach auch in seiner Art freundlich und beimherzig ist. Und er uns auch einlädt, Leuten zu vergeben, aber wenn wir es halt nicht tun, also wenn wir verhärtet sind oder auch die Vergebung Gottes nicht dankbar annehmen und irgendwie denken, wir haben dann Recht darauf, in dieser Situation zu verharren, dann ist was in unserem Herzen falsch. Und da wählt Jesus sehr harte Worte. Und je nachdem, in welchem Fall wir gerade sind, womit wir zu kämpfen haben, versuchen wir auch einfach beimherzig zu sein und beimherzig zu reden. Aber an manchen Stellen müssen wir durchaus auch deutlich werden. Ja, ich glaube, das ist der Unterschied. Du sagst gerade harte Worte, aber manchmal ist es tatsächlich einfach nur die Wahrheit. Also er sagt halt einfach, das wird dann passieren. So wie das als Folge dann von diesem bösen Knecht war. Ja, wenn wir nicht vergeben, auch wenn wir dazu aufgerufen sind, wird es halt einfach Folgen für uns haben. Letztlich sind wir diejenigen, die damit dann weiterleben müssen mit dieser Situation, mit Unversöhnlichkeit. Und Jesus nimmt insoweit auch kein Blatt vor den Mund, was Unversöhnlichkeit weiterhin bedeutet. Nicht, dass es ihn nicht auch weiterhin schmerzt und er nicht auch da ist und helfen möchte, aber der Aufruf ist einfach da, uns zu versöhnen. Ja, vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, wie sieht das erstmal aus, wenn eine Person nicht vergibt? Also was passiert innerlich in dieser Person? In der letzten Folge haben wir schon mal das Thema Bitterkeit angesprochen. Also sie verharrt darin, sie verbittert. Man kennt, vielleicht kennt man, also ich kenne ein paar Leute, wo ich sagen würde, boah, total verbittert. Das hat auch, man denkt immer so an die verbitterte alte Oma oder so, aber ich habe auch Leute kennengelernt, die jung waren und total verbittert waren. Und immer wieder so ein bisschen, man kann es so schlecht irgendwie in Worte fassen, aber man merkt dann irgendwie, dass so eine Bitterkeit in ihren Reden, wie sie auch umgehen mit Situationen. Ja, manchmal ist es auch so, es passt gar nicht zu ihrem Charakter, die sind vielleicht leicht, aber plötzlich kommt Härte rein, irgendwo in den Tonfall oder so. Also ich stelle mir das tatsächlich vor, wie so eine Last, die die Person mit sich rumträgt oder eben tatsächlich wie so eine Kette. Irgendwo ist da was gebunden und ist fest, gefahren einfach und man wird es nicht los. Und die Folge ist tatsächlich, ja, dass man selbst nicht loskommt und dass es einen auch belastet. Also man möchte manchmal, das kennt man vielleicht auch, je nachdem wie schlimm das Leid ist, was man erfahren hat, man möchte es erstmal wegschieben. Ja, so tief vergraben in sich selbst, in seinen Herzen, dass es bloß nie wieder rauskommt, nicht mehr drüber sprechen, gar nicht dahin gehen. Und das ist natürlich erstmal eine Form der Trauma-Erfahrung, ja. Aber das Problem ist, so ist einfach unser, was heißt leider, Gott sei Dank, aber so ist unser Herz angelegt, die Dinge gehen nicht einfach weg. Also durch das Vergraben, durch das Wegdrücken, durchs Tiefergehen ist es immer noch da und irgendwann will oder wird es wieder rauskommen. Und das Krasse ist, dass es eben auf ganz, ganz komische Arten und Weise wieder rauskommt, manchmal eben dann unkontrolliert durch uns. Da wird dann irgendetwas getriggert durch irgendeine Sache, die man mitkriegt oder weil mich zum Beispiel irgendeine Person ähnlich behandelt. Das kann jetzt vielleicht mein Partner sein oder sowas, werde ich plötzlich richtig aggressiv gegen diese Person und die Person hat eigentlich gar nichts gemacht. Und ich merke, okay, da kommt das wieder hervor, was vielleicht irgendjemand früher mir mal angetan hat. Also was halt tatsächlich passiert, wenn wir unversöhnlich sind, wir werden so ein bisschen zur tickenden Zeitbombe, ja. Entweder schleppen wir dieses Päckchen mit uns rum oder wir denken, wir haben es vergessen und weggedrückt, aber wir werden letztlich unkontrollierbar, weil diese Dinge irgendwann wieder hervorkommen und sie bereiten richtig Ärger. Ja, und manche Personen sind wie so ein Minenfeld, wenn du, du fühlst dich so, als läufst du da und du hast keine Ahnung, wo ist hier eine Mine und dann, ja, da geht sie hoch. Und so ist das eben auch, ja, mit dem Menschen, ja, dass du gar nicht so weißt, hä, du hast gerade was ganz Normales gesagt und auf einmal rastet die Person aus oder wird total traurig und du bist überhaupt nicht verhältnismäßig und du suchst die Schuld erstmal bei dir selbst. So, boah, habe ich jetzt gerade hier was voll Falsches gesagt? War ich zu hart? Und die Person spiegelt dir das auch, ne? So, du warst zu hart oder du hast hier was falsch gesagt. Aber in Wirklichkeit reagiert die Person vielleicht auf eine Situation, die eigentlich in der Vergangenheit liegt und du bist jetzt sowas wie ein Phantom, wie ein Spiegel. Man nennt das Übertragung in der, ob das jetzt Psycho, ja, wir sind alle allein, aber wir haben uns schon damit, also ich habe mich damit auch schon beschäftigt und du auch, genau das passiert, ja. Man kriegt selbst etwas ab, was eigentlich jemand anders abkriegen sollte. Und diese Person, die ist halt letztlich nicht frei. Es ist dann wiederum schwer für dich, weil du was abgekriegt hast, aber eigentlich muss diese Person einem leidtun, denn sie ist nicht frei davon, so auf Menschen zu reagieren und überhaupt so weiterhin Beziehungen zu pflegen, wie sie es vielleicht selbst gerne wollte, weil sie einfach nicht frei ist. Voll. Ich habe jetzt letztens das Wort, also in der Vorlesung hat der Dozent gesagt, ja, nachtragend, ist im wahrsten Sinne des Wortes nachtragend, also du trägst der Person die Sache hinterher. Ja, ja, und das fand ich in Bezug auf Vergebung auch eben spannend, ja, weil du bist die Person, die ist zerträgt, die ist zerträgt, die ist zerträgt. Die andere Person, die dich verletzt hat, die hat es vielleicht gar nicht bemerkt, ja, oder je nachdem vielleicht auch bemerkt, aber sie beschäftigt das nicht oder so, ne. Aber du bist die Person, die hier wirklich damit zu kämpfen hat, ja, wenn du daran festhältst, genau. Also wir haben gesehen, das sind die Konsequenzen, wenn wir eben unversöhnt weiterleben. Trotzdem ist jetzt ja die Frage, was ist eigentlich Vergebung und wie geht denn Vergebung tatsächlich ganz praktisch? Ja, voll. Ich glaube, dass es ganz viele Mythen so gibt in diese Richtung, dass wir oft Vergebung sehen wie ein Gefühl. Dass wir so denken, ich fühle mich noch nicht, als könnte ich der Person vergeben. Wir warten dann irgendwie darauf, dass in uns innerlich dieser Ärger, ja, das ist ja oft auch Rache-Gedanken letztendlich, ja, dass das aberbt, ja, dass da Frieden reinkommt und ich dann vergeben kann. Das Problem ist, wir wollen quasi die Frucht von dem, wovon wir den Samen säen müssen vorher. Also das ist ja genau umgekehrt eigentlich. Also durch die Vergebung kommt erst dieses Gefühl, auf das wir warten, ja, was wir so sehr möchten. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Mythen, die korrigiert werden müssen, dass Vergebung nicht ein Gefühl ist, sondern es ist knallhart eine Entscheidung. Das sehen wir daran, dass Jesus uns auffordert zu vergeben und er uns auch ganz klar macht, ja, was es heißt zu vergeben. Und wir können vergeben. Warum? Weil Jesus das von uns fordert. Also wir können vergeben. Wir sind dazu aufgerufen. Und es hat Konsequenzen, wenn wir das nicht tun. Und das ist nicht eben irgendwie an irgendeine komische, ja, Dimension, ja, wie Zeit gekoppelt, ja, dass das dann irgendwann mal in dir selbst so produziert wird, sondern es ist halt einfach eine Entscheidung. Ja, das stimmt. Eine Sache fällt mir auch noch ein, dass man sie am Anfang sagen sollte, nämlich den Unterschied so von Versöhnung und Vergebung. Ja, also wenn von Versöhnung die Rede ist, dann meint man im besten Fall eben tatsächlich, dass sich Brüder oder eben zwei Menschen wieder versöhnen, sie sich das gegenseitig zusprechen können und es dann auch wieder gut ist, im besten Fall sogar noch besser. Und das ist natürlich das Ideal, aber es ist nicht immer möglich. Es ist möglich, dass die Person, haben wir eben vorhin auch schon gesagt, gar kein Interesse daran hat oder sie überhaupt nicht sieht, dass das ein Problem ist. Und dann ist eben die Frage, was kannst du machen? Und das Gute ist, du kannst nämlich was machen. Du wirst möglicherweise nicht diesen Punkt erzwingen können, dass die Person wieder mit dir ganz versöhnt ist. Aber deswegen geht es eben hier um Vergebung. Du kannst etwas machen, das du nicht mehr nachtragen musst. Du kannst diesen Menschen vergeben. Der muss gar nicht dabei sein. Ja, kommen wir gleich zu, glaube ich. Es gibt bestimmt auch noch eine Komponente, wo es darum geht, dieser Person irgendwie vielleicht auch was zu kommunizieren und eine Botschaft weiterzugeben. Aber erstmal geht es bei Vergebung um dich selber und um die Beziehung zu Gott. Also kannst du diesen Menschen vergeben? Ob die das jetzt auch so sieht oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Genau. Und war mir so noch nicht bewusst, voll cool. Erstmal Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Aber genau, du kannst vergeben. Und das ist vielleicht dann ganz wichtig bei der Frage, wie mache ich das praktisch? Also wie gehe ich da voran? Du kannst vergeben, denn das ist ganz spannend, wenn es um den Punkt der Vergebung geht, wenn Vergebung eine Entscheidung ist. Ich überlege gerade so, wie ziehe ich das auf? Aber dann, oder ich sage es anders. In meiner Seelsorge, da mache ich oft Folgendes mit Personen. Denn ganz häufig oder letztendlich fast immer merkt man, hey, da ist irgendein Punkt in der Vergangenheit, wo man verletzt wurde. Und wir reagieren eigentlich immer mit Sünde auf Sünde. Also da ist etwas passiert, was mir angetan wurde. Und ich bin Opfer. Aber oft in der Art und Weise, wie ich dann darauf reagiere, in meinem Herzen werde ich auch in einer gewissen Art und Weise in meiner Haltung zum Täter. Also man muss aufpassen, jetzt hier nicht Opfer zum Täter zu machen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber ich kann mich versündigen in der Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe. Und deswegen fordere ich dann meine Seelsorge, oder fordere ich auf, ich bitte die Leute, sich Zeit zu nehmen. Vielleicht ist mir schon was aufgefallen und ich spreche dir darauf an. Aber wenn es dann um den konkreten Schritt geht, in der Situation zu vergeben, dann wollen die oft so Ausflüchte nehmen. Dann sagen die, Herr, ich will vergeben. Oder Herr, hilf mir zu vergeben. Die Sache ist die, wenn Vergebung eine Entscheidung ist, dann kannst du eigentlich auch einfach sagen, Herr, ich vergebe. Also das ist ein feiner Unterschied. Ich will vergeben, hilf mir zu vergeben. Oder einfach sich zu entscheiden und ganz klar diese Kette loszumachen und zu sagen, Herr, ich vergebe. Ich lasse das jetzt los. Und das ist ganz schwierig für Leute zu sagen. Man merkt, die können ganz leicht sagen, Herr, hilf mir zu vergeben. Herr, also so. Aber Herr, ich vergebe. Diese Entscheidung im Herzen, die fällt Leuten ganz schwer, das auszusprechen. Und wenn das aber passiert, dann merkt man, ja, es ist total anspringend, ja, voll die Anspannung. Und dann aber, lass das abgelassen. Ja, ja. Eine Sache ist mir auch schon aufgefallen oder passiert in der Seelsorge, ist, dass Leute sind, die dachten, sie hätten das schon vergeben und fühlen einfach nicht diese Freiheit, die sie sich erhofft hätten davon. Und dann liegt es manchmal daran, dass nicht die ganze Tiefe vielleicht dieses Vorgehens oder dieser Tat oder dieser Verletzung letztlich ihnen klar war oder klar gewesen ist. Wir wünschen uns natürlich einfach, dass es vorbei ist. Wir wünschen einfach, dass der Schmerz vorbei ist oder dass man diese Freiheit erlebt und wir sagen dann letztlich, ja, das vergebe ich der Person. Und das ist schwierig. Ich kann das ganz schlecht so pauschal sagen, so und so geht das und das ist jetzt tatsächlich vergeben oder nicht. Aber ganz häufig liegt es daran, dass wir gleichzeitig, was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, Herr, mach das, dass das weggeht letztlich so. Und ich glaube, das ist wirklich das Schmerzhafte oder das Schwierige daran, sich tatsächlich klarzumachen, was ist tatsächlich passiert? Also wer hat tatsächlich mir was angetan und was bedeutete das? Sich das einzugestehen irgendwo. Sich das einzugestehen, ja. Also mir ist das passiert. Es war auch nicht meine Schuld, ja. Oder vielleicht abzuklären, was war Schuld und was nicht. Ganz häufig braucht man dafür einen Seelsorger, weil man selbst alleine schon, gerade wenn es etwas ist, was vielleicht manipulativ passiert ist, was vielleicht passiert ist, wenn ich in einer schwächeren Position war, vielleicht weil ich Kind war oder weil ich vielleicht irgendwo von der Person abhängig war oder untergeben oder was auch immer, denke ich manchmal, meine Weltsicht ist verdreht gewesen, ja. Also da kann mir jemand helfen. Ich muss verstehen, was ist eigentlich passiert? Ja. Auch in welcher Tiefe und vielleicht manchmal sogar, was hat das für Auswirkungen für mein Leben gehabt? Weil das ist auch schlimm, wenn ich dann merke, boah, da ist wirklich was kaputt gegangen oder so. Ich trage das immer noch. Das muss man sich einmal eingestehen, was passiert ist. Ja. Da fand ich diesen einen Satz mal so, so bewegend, dass, der ging so in die Richtung, mal schauen, ob ich ihn hinkriege. Vergebung ist das Eingeständnis, mit den Folgen der Sünde anderer zu leben. Boah, das ist ein guter Satz. Und dann ein bisschen erklärt, mit den Folgen muss ich so oder so leben. Die Frage ist, habe ich mein Einverständnis? Gebe ich mein Einverständnis, auch mit den Folgen davon zu leben, was das in meinem Leben gemacht hat? Boah, das ist hart. Man will das ja überhaupt nicht. Nee. Aber man lebt so oder so damit. Die Frage ist, in welcher Art und Weise? In einer verbitterten Art und Weise oder in einer geheilten Art und Weise? Aber das fand ich einen richtig guten Satz. Also was ich auch sagen kann aus der Seelsorge, was auch passiert in dem Moment, wo dir klar wird, wie tief das tatsächlich geht, wie tief dich das verletzt hat und auch wie krass die Folgen sind für dich. Du kannst es nie mehr umgeschehen machen. Es hat vielleicht Vertrauensverlust mit sich gebracht und was auch immer alles davon kaputt. gegangen ist. Es kann auch passieren, dass neue Wut aufsteigt, zum Beispiel auf Gott. Warum hat er das zugelassen? Ich war ja damals nur ein Kind oder ich habe es nicht. Irgendwas. Ja, also ich kann doch nichts dafür. Oder jetzt ist das alles nicht mehr möglich und ich bin doch eigentlich unschuldig. Und das setzt eine neue Wut hervor, also manchmal dann auf Gott. Und dann denke ich auch, also es ist auch ein schwieriges theologisches Thema, man fühlt vielleicht zu weit, muss ich manchmal Gott vergeben? Nein, das glaube ich nicht. Aber es führt uns manchmal in ein nächstes Dilemma hinein, weil wir denken, boah, jetzt bin ich dabei, dieser Person zu vergeben, aber jetzt werde ich plötzlich sauer auf Gott. Hast du das schon mal erlebt? Nee, also ich kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt bei einigen ist. Habe ich aber so in meiner Seelsorge noch nicht oder in meinem Leben auch selbst noch nicht erlebt, dass dann so eine Wut gegenüber Gott kommt, nachdem ich eine Person vergeben habe. Ja, ich glaube nicht nachdem. Also ich glaube nicht jetzt auch, ist in dem Prozess tatsächlich verordnet, wo mir klar wird, was da passiert ist. Ach so, ja. Was dann also gleichzeitig Menschen davon überwältigt sind und dann in dem Zusammenhang sich tatsächlich ganz klar eben auch diese Leitfrage stellen, warum und so. Ja. Und warum, Gott, hast du das zugelassen? Ja. Ja, doch. Die Frage muss dann nämlich auch beantwortet werden. Ja. Also wenn sie beantwortet werden kann. Ja, da fand ich es auch ganz schön, auch im Gebet Jesus die Frage zu stellen, wo warst du da? Ja. Oder auch die Frage, ja, welche Lüge habe ich angefangen zu glauben und welche Wahrheit spricht dem entgegen? Aber ja, da muss man wirklich, ja, das ist leider so eine Pauschalantwort, aber man muss Jesus fragen, wo warst du da? Ja, ne, und da zu sehen, hey, ja, sich auch dann wieder unterzuordnen Gott gegenüber. Okay, ich nehme auch diese Situation aus deiner Hand. Genau. Und ich meine, dann hilft uns dann auch immer die Bibel und auch Geschichten. Ich denke so an ganz alttestamentliche Geschichten, die wir einfach zum Beispiel so aus dem Kindergottesdienst kennen. Zum Beispiel Josef ist so ein klassisches Beispiel. Man sich überlegt, was dieser Josef erleiden musste. Die Brüder haben ihn tatsächlich in eine Zisterne geworfen, damit er da letztlich dran krepiert oder stirbt. Und dann, nur weil der eine das nicht zulassen konnte, haben sie ihn als Sklaven verkauft. Ja, wo du denkst, boah, wie sauer muss der gewesen sein auf all seine Brüder. Und dann hat er sich so ein bisschen hochgearbeitet bei dem Potiphar. Und schon wieder kommt es dazu, dass er wieder ins Gefängnis geworfen wird. Völlig unschuldig, ja. Und später nochmal. Er wird wieder vergessen und so. Und ja, und letztlich könnte er genauso gut sauer werden auf Gott, ist er aber nicht. Und er sieht am Ende, Gott hatte in allem irgendwo seine Finger im Spiel. Und alles hatte einen Sinn. Ein größeres Bild. Josef hat das selbst gesehen in seinem Leben. Wir werden das möglicherweise nicht immer sehen. Was ist das große Bild mit unserem Leben? Vielleicht schreibt Gott eine viel größere Geschichte oder will etwas ganz anderes erreichen. Und wir spielen vielleicht wirklich nur eine Nebenrolle da drin. Gott hat einen großen Plan. Und wir begreifen das nicht immer, warum. Aber das haben wir gesehen, dass Gott aus Leid etwas richtig Gutes machen kann. Und das tröstet mich dann auch in dem Moment. Voll. Ja, was ich spannend finde, ist halt, dass letztendlich Verletzungen auch zu allerlei, also wir reagieren mit Sünde auf Sünde, also dass auch schlechte Verhaltensmuster, die wir haben, sehr oft mit Dingen in der Vergangenheit auch zusammenhängen. Ich denke da an einen heftigen Seelsorgefall mit einer Person, die meinte, ja, sie ritzt sich und hat auch immer wieder Phasen, wo sie magersüchtig ist. Und das fand ich auch einfach mega spannend. Mit der bin ich ins Gespräch gekommen und da hat sich dann im Gespräch herausgestellt, dass die total irgendwie ihren Vater, ja, die Aufmerksamkeit von dem Vater vermisst. Und letztendlich all diese Symptome, ja, Ritzen oder Magersucht, waren letztendlich alles so Hilferufe, mein Vater, beachte mich doch, ja. Und erst als hier wirklich die Person an ihren Vater vergeben hat, der hat alles aufgehört. Und das war so schön, einfach zu sehen, wie so ein Schritt der Vergebung Menschen vollkommen verändern kann. Genau. Und das ist einfach cool. Aber da sieht man so, wie Dinge einfach auch oft zusammenhängen. Ja, die werden richtig losgetreten, indem man sich auch auf diesen Vergebungsprozess einlässt. Das muss man auch sagen. Also, ja, wenn du oder ihr als Zuhörer damit involviert seid, also Vergebung ist keine leichte Sache. Vergebung geht tief. Manchmal stößt sie was an, ja, wie so ein Domino, ist das Domino-Spiel oder irgendwas? Ja, da kippen plötzlich dann die Steine und es kommt was ins Rollen. Genau. Ganz praktisch, du hattest ja gesagt, Vergebung ist eine Entscheidung. Kann man noch irgendwie andere Hilfen oder Schritte oder so den Zuhörern mit auf den Weg geben? Also im allerbesten Fall habt ihr natürlich einen Seelsorger in der Gemeinde. Aber in den wenigsten Gemeinden gibt es wirklich Seelsorge, die wirklich biblisch ist und die auch tief geht. Entweder sind sie oft biblisch und nicht, wie sagt man, nicht personennah oder so. Also in einer gewissen Art und Weise komisch biblisch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also die richtigen Prinzipien, aber nicht... Ja, in totaler Härte oder sowas vermittelt. Also wenn es wirklich biblisch ist, dann ist es natürlich auch sanftmütig und sich einlassend auf die Person. Oder es ist halt total psychologisch irgendwie. Und letztendlich ist der Kampf so oft mit Dingen, die da losgetreten wurden, oder ja zwischen Lüge und Wahrheit. Ja, was gibt es jetzt noch so für Schritte, die man da gehen kann? Genau, Seelsorger suchen, wenn man jemanden hat in der Gemeinde, wo man weiß, der macht das. Das kann man sehr empfehlen. Es können natürlich aber auch einfach kleine Dinge sein. Also natürlich... Nicht immer brauche ich den Seelsorger. Genau. Also, aber je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, ich kann der Person nicht vergeben, dann bin ich schon an so einem Punkt, wo mir vielleicht ein Seelsorger helfen könnte. Genau, bei größeren Dingen auf jeden Fall. Bei kleineren Dingen such dir einen Bruder vielleicht, oder eine Schwester. Betet füreinander, bekennt einander die Dinge, die schwierig sind. Oder sprich die Vergebung vor jemandem vielleicht aus. Sag, womit du zu kämpfen hast. Vielleicht kommen auch Leute auf dich zu und du kannst sie darauf hinweisen, hey, ich glaube, du musst da noch der Person vergeben. Und letztendlich geht es natürlich auch alleine. Also was ich letztendlich gerne in meiner Seelsorger mache, was jeder machen kann, das einfach ein leeres Blatt Papier vor sich hinlegen und dann einfach zu beten. Und ich selbst habe das auch alleine gemacht und habe gebetet, Herr, bitte zeig du mir all die Situationen und Personen auf, denen ich noch vergeben muss. Und jetzt denkst du dir so, Herr, warum ganz Blatt Papier vielleicht ein Zettel, dann kann ich meinen drei Namen da aufschreiben. Warte mal ab, wenn du dieses Gebet vielleicht betest, mit einem ehrlichen Herzen, da kann ganz schön viel kommen. Bei mir sind zwei DIN-A4-Seiten an Situationen zusammengekommen. Dinge, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Und auf einmal nach dem Gebet eine Sache nach der anderen, zack, 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 zack. Und ich dachte so, wow, krass. Und dann bin ich jede einzelne Sache durchgegangen und habe einfach zu jeder einzelnen Sache diese Entscheidung getroffen, Herr, ich vergebe dieser Person. Und das hat mich auch emotional berührt. Also dann musste ich weinen. Und es hat mich aber so frei gemacht von so vielen Dingen. Ja, es war einfach herrlich, auch wenn es hart war. Und es hat auch seinen drei Stunden in Anspruch genommen. Aber das war es, was, denke ich, jeder machen kann. Und es ist auch was, wozu ich uns als Zuhörer einfach einladen möchte. Ja, also, genau. Vielleicht, ja, gehst du das mal durch. Da will ich einfach euch ermutigen. Wenn du noch nicht irgendwie konkret Schritte der Vergebung gegangen bist, geh mal ins Gebet mit einem Blatt Papier und bitte einfach, Jesus, bitte zeig dir mir auf, wo ich noch vergeben muss. Und dann mach die Entscheidung konkret. Nicht umhertrucksen, ich will, hilf mir, sondern einfach, ich vergebe diese Person für das und das, was sie getan hat. Und, ja, würde mich einfach freuen, weil mir hat das viel bewirkt. Und ich glaube, das kann in vielen anderen, in vielen der Zuhörer auch viel bewirken. Ja, vielleicht noch einen letzten Nachsatz auch noch für mich. Du kannst es, je nachdem, wenn es passt, natürlich auch versuchen, eine Versöhnung zu erreichen. Also, wenn es zum Beispiel eine Person ist, die dich sehr verletzt hat, man kann einer Person auch einen Brief schreiben und dann dieser Person Vergebung aussprechen und dann lässt du ihn vielleicht liegen und betest nochmal und überlegst, ob du ihn abschicken solltest oder nicht, weil du kannst ihn vielleicht auch für dich einfach nur haben und dann weißt du, du hast der Person im Herzen Vergebung ausgesprochen. Aber vielleicht bewegt dich ja doch der Geist Gottes und du hast den Mut, das tatsächlich abzuschicken. und dann ist es vielleicht spannend. Möglicherweise setzt das bei der Person was in Gang. Vielleicht wartet die Person nur da drauf und es kann zu einer Versöhnung kommen. Aber das ist natürlich immer ein Risiko. Ich wünsche dir das, dass es passiert, dass da auch Beziehung wieder hergestellt wird. Nur, wir haben eben nicht die Garantie, weil wir nicht wissen, wie es der anderen Person damit geht. Aber möglicherweise kann das ja auch passieren und es wird auch ein Schritt sein, denn das ist ja eigentlich der Wunsch auch von Jesus für seine Gemeinde, dass wir uns wieder versöhnen lassen. Absolut. Und auf jeden Fall ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Versöhnung. Da ist auf jeden Fall eine Ebene und die kannst du auf jeden Fall immer klären. Von Gott ist da die Tür offen und ja, Gottes Segen uns allen, denke ich, mit dem Thema Versöhnung und Vergebung. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.